Kongress Polen bezeichnet das konstitutionelle Königreich Polen, das 1815 auf dem Wiener Kongress als Nachfolger des von Napoleon 1807 gegründeten Herzogtums Warschau geschaffen wurde. Es war durch Personalunion eng mit dem russischen Zarenreich verbunden und wurde nach Verlust der verbliebenen Rechte ab den späten 1860er Jahren auch als Weichselland bezeichnet. Geschichte, Vorgeschichte Nachdem Polen-Litauen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch zahlreiche vorangegangene Kriege und innere Konflikte stark geschwächt war, erfolgten 1772, 1793 und 1795 schrittweise die Teilungen Polens unter den Nachbarmächten Russland, Preußen und Österreich. So dass für über 120 Jahre kein eigenständiger polnischer Nationalstaat mehr existierte, das Gebiet um Warschau kam zum neu geschaffenen Südpreußen. Napoleon Bonaparte zog 1807 die Grenzen neu und errichtete aus den von Preußen und Österreich besetzten polnischen Gebieten das Herzogtum Warschau. Einen Rumpf- und Satellitenstaat mit König Friedrich August I. von Sachsen auf dem Thron. Kongress Polen nach der Niederlage Napoleons stellte 1815 der Wiener Kongress die polnische Monarchie wieder her. Zar Alexander I. stellte, beeinflusst von seiner Freundschaft mit Adam Jelsitscha Tereschi, den polnischen Staat wieder her und wurde in Personalunion König von Polen. Theoretisch war es ein autonomer Staat. Kongress Polen blieb jedoch unter russischer Kontrolle. Sein Bruder Konstantin hatte als Militärgouverneur von Warschau und General der polnischen Truppen eine starke Machtstellung. 1820 heiratete er eine polnische Griffin. Konstantins Gruppeit, Tyrannei und militärischer Drill waren jedoch nicht besonders hilfreich, um Polen für ihn und die russische Herrschaft zu gewinnen. Das Königreich Polen, so der offizielle Name, entstand aus dem früheren Herzogtum Warschau ohne das Großherzogtum Posen und die Gebiete von Lubawa, Thorn und Chemno und ohne die freie Stadt Krakau. Abgesehen vom Staatsoberhaupt sollte der neue Staat laut Verträgen von 1815 eine starke Autonomie und die alte Verfassung von 1791 haben. Die Gesetze sollten von demselm erlassen werden, eine eigenständige Armee, Währung, unabhängiger Staatshaushalt, Strafgesetzbuch etc. beibehalten und durch eine Zollgrenze vom eigentlichen Zarenreich getrennt bleiben. Faktisch konzentrierte der Zar die große Macht in seiner Hand und regierte gemäßigt autokratisch mit Hilfe des russischen Vizekönig, der zugleich den Armeeoberbefehl innehatte und dem kaiserlichen Kommissar Novoselze und seinen Geheimdiensten. Die Beschlüsse des Wiener Kongresses wurden ständig missachtet. 1819 wurde die Pressefreiheit abgeschafft und die Zensur eingeführt, 1821 die Freimaurerei verboten. Das Parlament tagte ab 1825 nicht mehr öffentlich, ein Verwaltungsrat hatte die Kontrolle. Die politische Lage war von Unterdrückung durch den Zar und seinen Warschauer Stadthalter Nikolai N. Novoselze sowie von Willkür Konstantins geprägt. Dennoch war Kongress Polen der liberalste Teil des russischen Reiches mit eigenem Parlament, Verwaltungs- und Schulsystem. Die katholische Kirche bekam Dotationen und hatte Vorrechte, die Beamten waren Polen und sprachen polnisch. Viele Polen, besonders die vom Geist der polnischen Romantik geprägte Jugend, waren mit dieser Amtsführung sehr unzufrieden. Die Nachricht von Revolutionen in Paris und in Belgien ließ eine Gruppe der Verschwörer zu Waffen greifen und am 28. November 1830 brach in Warschau. Der Novemberaufstand aus. Der Zar Nikolausi wurde vom Parlament als König abgesetzt. Sein Bruder Konstantin wurde in seinem Schloss überfallen, konnte jedoch als Frau verkleidet fliehen. Nach etwa zehn Monaten stellte Nikolaus mithilfe der Truppen von Ivan Fyodorowicz-Baskewicz seine Macht wieder her. 1831 erhob er den Marschall zum Fürsten von Warschau und ersetzte 1832 die bisherige Verfassung durch das Verfassungsgesetz Organisches Statut. Auch die polnische Armee, der Säm und die kommunale Selbstverwaltung wurden aufgelöst. Damit waren die Beschlüsse des Kongresses ungültig und die Restautonomie Kongress Polens abgeschafft. Was blieb, war unter anderem der Titel Vizekönig für den Stadthalter Paskewicz, der mit der Rassifizierung des Landes begann. 286 Immigranten wurden zum Tode verurteilt, ihre Güter enteignet und an russische Generäle verteilt. Die 1816 eröffnete Universität Warschau und die meisten Unterrichtsinstitute wurden geschlossen. Alle Vereine wurden verboten. Privatversammlungen wurden erlaubt, wenn der Überwachungsbeamte empfangen wurde. Russisch wurde Pflichtsprache für alle Beamte und es gab eine strenge Zensur der Bücher und Musik. Zahnikolaus in einer Rede in Warschau 1835 Wenn ihr darauf besteht, an euren Träumen von einer besonderen Nationalität und einem unabhängigen Polen und allen diesen Chimären festzuhalten, so werdet ihr großes Unheil über euch heraufbeschwören. Ich habe eine Zitadelle errichten lassen und bei der geringsten Unruhe werde ich die Stadt beschießen lassen. Anführungszeichen Punkt Erst die russische Niederlage im Krimkrieg 1855 und der Amtsantritt des neuen Zaren Alexander II. führten wieder zu einer polnisch-russischen Zusammenarbeit. Unter der Führung des gemäßigten Alexander Wilopolski wurde 1862 eine nur aus polnischen Politikern bestehende Zivilregierung ernannt. Die Einigungsbestrebungen Italiens inspirierten jedoch das demokratische Lager dazu, im Januar 1863 einen bewaffneten Kampf aufzunehmen. Militärisches Missverhältnis gegenüber den russischen Truppen und vergebliche Versuche, große Bauernmassen zu mobilisieren, sowie Uneinigkeit der politischen Immigration und mangelnde Unterstützung europäischer Staaten brachten den Aufstand zum Scheitern. Die drastischen russischen Vergeltungsmaßnahmen, Enteignungen und Deportationen nach Sibirien führten schließlich zur Schwächung des Adels innerhalb der polnischen Gesellschaft. Übergang zum Weichselland im Jahre 1867 wurde das Amt des Vizekönigs und das Wappen von Kongress Polen abgeschafft. Das nun in zehn Gouvernemats aufgeteilte Gebiet wurde direkt ins Zarenreich integriert. Der bisherige Name wurde zwar nie offiziell geändert, jedoch tauchte seit den 1880er Jahren auch in verschiedenen Verwaltungsakten immer häufiger die Bezeichnung Weichselland auf. Und das Wort Polen wurde sogar als geografischer Begriff von russischer Seite gemieden, Könige von Kongress Polen. 1815 bis 1825 Alexander I., 1825 bis 1830 Nikolaus I., 1830 als König abgesetzt, seit 1831 wieder an der Macht ohne Wiedereinsetzung als König. Vizekönige inoffiziell, Großfürst Konstantin Pavlovich Romanov, Joseph Zazacek, 1826 bis 1831 vakant, durch einen Verwaltungsrat vertreten. Der Titel Vizekönig wird durch Generalgouverneur von Warschau ersetzt.